Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele! Auch heute darfst du dir natürlich deine persönliche Tageskarte auswählen. Wähle zwischen der ersten, der zweiten und der dritten Karte, was dein Tagesorakel natürlich abrunden kann. Ich würde mich auch freuen, wenn du dein Abo, Like und Kommentar da lässt. Du kannst zum Beispiel schreiben, welche Karte du gewählt hast. Du kannst einfach Grüße hinterlassen oder wie das Orakel auf dich wirkt. Vielen, vielen Dank für die tägliche Unterstützung auf jeden Fall und ich würde sagen, nach dem Schnelldurchlauf geht es auch direkt los. So, liebe Seele, wie immer mischen wir natürlich auch die Lenormons noch gut durch. Ja, was mich freuen würde, ist, wenn du in die Videobeschreibung, also in die Infobox unter diesem Video schaust. Dort siehst du unsere wundervollen Hammer-August-Angebote. Der halbe Monat ist jetzt noch ungefähr da. Nutze die Möglichkeit, die schon viele Menschen genutzt haben, wenn auch du Unterstützung willst. Jetzt aber schauen wir mal hinein, was der Tag dir mitgeben möchte. Hier haben wir ein sich gegenseitig kennenlernen. Indem ihr einander eurer innersten Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung und da haben wir schon mal die Kontaktaufnahme allgemein. Es kann jetzt sein, dass du dich bei uns meldest für ein Erstgespräch. Es kann aber auch sein, dass hier eine Diskrepanz zwischen Freunden oder Familie geklärt wird. Für mich ist hier nicht die Beziehung gemeint. Dafür ist die Kommunikation zu förmlich. Es geht tatsächlich um Familienangelegenheiten oder Freundschaft. Hier wird irgendwas entweder geklärt, was schon lange auf der Strecke geblieben ist, aber ganz klar für dich auch eine neue Sichtweise auf einen Menschen gibt. Du wirst sehr, sehr erstaunt sein, positiv erstaunt sein, weil du Informationen bekommst, die du so nicht erahnen konntest. Die geben dir natürlich dann auch wieder Vertrauen in die Menschheit zurück, was auch gut ist. Oder es ist eben die Unterstützung, die du dir holst in dein Haus heute. Das ist jetzt sehr situativ bezogen, weil es geht hier auch viel darum, dich selbst besser kennenzulernen und Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Verantwortung für dein Handeln ist nämlich auch, wenn du im Stillstand bist, dass du dir selbst auch zugestehst, ey, okay, der Fehler liegt vielleicht bei mir. Hat nichts mit Schlechtreden zu tun? Aber realistisch gesehen ist es ein ganz, ganz wichtiger Impuls, auch für deine Seele dieses Verständnis zu bekommen. Warum stehe ich gerade still? Sich gegenseitig kennenlernen, auch dir gegenüber ist aber eine sehr, sehr starke Karte. Und da kommt auch schon die Leidenschaft mit ins Spiel. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen und da bist du mit 100%iger Wirkung involviert. Diese Leidenschaft bedeutet also, indem du ja hier einen Schritt für dich gehst und aus deinem Stillstand herauskommst in der Situation oder wenn du dich eben für Unterstützung entscheidest, kommst du wieder deiner wahren Lebensfreude näher. Ja, also du bist ja eine frohe Natur eigentlich. Du bist eigentlich ein Mensch, der auch sehr, sehr gesellig ist. Aber dein Vertrauen wurde schon häufig missbraucht. Auch Themen wurden von dir immer diskreditiert, dass es gar nicht so schlimm wäre und ja, man verstehe gar nicht, weshalb du daran so leidest und vieles mehr und vieles mehr. Das liegt alles schon hier mit dabei, aber deine Leidenschaft findest du wieder und das bedeutet, dass du dich wieder an deinem Leben erfreust, dass du auch wieder deine Hobbys und Leidenschaften dir ernster zu Herzen nimmst. Es zeigt dir aber auch, dass du in gewisser Hinsicht dein eigenes Herz und deine Seele verschlossen hattest, vor Angst, vor Enttäuschung. Und da kommt auch dieses sich gegenseitig kennenlernen, also dich wieder neu kennenlernen, da kommt es auch sehr zum Vorschein. Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Prozess für deine Seele. Du bist also auf einem richtigen Seelenweg unterwegs gerade. Da kannst du dir schon mal auf die Schulter klopfen, weil da hast du ja wahrscheinlich vor einer Woche so ein richtiges Aha-Momentum gehabt. Jetzt gilt es einfach nur auch in die Tat zu gehen. Das, was du bei anderen sehr bemängelst, sehr viel sagen, wenig umsetzen, kannst du dir in den letzten drei bis vier Monaten auch selbst zuschreiben. Hat aber natürlich auch was mit der Außenwirkung zu tun. Die Schwingungen waren sehr niederhaltend. Jetzt kannst du aber für dich vorangehen und findest deine Leidenschaft dann auch wieder. Co-Abhängigkeit. Dein Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst und da haben wir die Gefühle. Das zeigt auf jeden Fall inneres Kindthema. Hier geht es nicht mehr um den Selbstwert, weil den hast du dir ja schon selbst zugesprochen. Hier geht es um die innere Kindthematik. Wo ist also eine Gefühlsebene angegriffen, die du für dich noch nicht wahrgenommen hast? Da bist du in einem Co-Abhängigen Verhalten. Das bedeutet Verhaltensmuster, die du auslebst, die aber nicht zu dir passen, naturell gesehen. Und Suchtverhalten kann ja alles sein. Auch die Handysucht kann es sein. Also das Suchtverhalten, wie du zu wenig Aufmerksamkeit gibst oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommst. Oder eben, dass du keine Grenzen setzt oder zu viele Grenzen setzt. Ganz in deinem Bemessen. Hier spielt es auf dein Liebesleben ab, kann aber natürlich auch auf deine Sexualität abspielen, weil dir hier Gefühl fehlt. Hier ist so ein bisschen eine Co-Abhängigkeit zum Trieb auch mit dabei. Du musst dich gar nicht so sehr stören, weil durch das neue Kennenlernen werden deine Gefühle eh nochmal richtig durchgewühlt, damit du einen Reset machen kannst. Deinen eigenen Reset, deinen eigenen Neuanfang, weil wenn du schon neu anfängst, dann so richtig. Dann dürfen auch deine Emotionen nochmal durcheinander gewirbelt werden, damit du auch alles wahrnehmen kannst und dich selbst wieder neu spürst. Und da haben wir die wahre Liebe. Das ist die Liebe deines Lebens und da haben wir die Liebe dabei. Also wenn du in der Partnerschaft bist, wundervoll. Wenn du einen Wunschpartner hast, auch wundervoll. Aber vor allem, weil du die Beziehung zu dir selbst wieder stärkst, noch viel schöner, dass du dir hier die Kraft gibst, zufrieden mit dir zu sein. Guck mal, das ist so etwas Schönes. Und wenn du das für dich mal reflektierst, wann warst du denn das letzte Mal wirklich zufrieden mit dir? Wann warst du nicht so störisch oder hart zu dir selbst, dass du nichts dir gönnst, dass du, es ist immer so schade. Bei unseren Klienten ist es auch so, dass man jeden Erfolg feiern sollte. Und wenn du dich selbstständig machst und du hast deine ersten Klienten oder deine erste Kundschaft, du solltest eigentlich schon eine Feier machen dafür, weil das was Schönes ist. Aber zu oft ist der Mangel einfach im Leben und bekommt den Fokus. Jetzt aber nicht mehr. Du liebst dich selbst. Das ist so schön, dass ich das sagen darf in der Kartenlegung. Super. Ich freue mich. Super. Rochelle haben wir auch mit dabei. Indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr Volks wirst du zu Wohlstand kommen. Und genau das ist es. Die Weisheit deines Herzens. Dein Herz weiß, dass du Gutes tust. Dein Herz weiß, dass du dir Mühe gibst, dass du umsetzt, dass du veränderst, dass du an dir arbeitest, dass du so viele Hürden schon hinter dir gelassen hast. Aber dein Mangel hält dich oder auch falscher Stolz und Ego hält dich oftmals so ein bisschen gefangen in der Tristenwelt. Hier wirst du aber zu Wohlstand kommen. Und Wohlstand ist natürlich auch, entspannt durch das Leben zu gehen. Denn Wohlstand muss nicht nur Geld bedeuten, sondern auch Raum und Zeit genießen zu können. Ja, gerade ich als Geschäftsführer sage das immer wieder gerne, dass Urlaub nicht, dass es, ja, dass ich meine Arbeit liebe, aber dass diese, diese Nichtterminierung des Tages, also nicht zeitlich gebunden sein, dass das einfach Urlaub genug für mich ist, ja. Dann könnte ich trotzdem stundenlang in meinem Office sein und in Ruhe Videos machen oder, oder, oder und kann trotzdem regenerieren. Aber ich habe die Zeit und ich bin Herr über meine Zeit. Und das ist auch eine Weisheit, die du für dich gerne in deinen Tag involvieren kannst. Ja, ich kann dir hier nochmal sagen, wenn du auch in diese Mitte kommen möchtest, komm zu uns ins Personal Coaching. Es ist einzigartig. Du bekommst drei Coaches an deiner Hand. Jede Woche Gesprächstherapie, jede Woche energetische Arbeit. Und das Schöne ist, es wird dein persönlicher Weg. Und im August für vier Monate Personal Coaching nur 799 Euro. Und das Ganze kannst du dir über den Shop auch noch finanzieren lassen. Schau also in die Videobeschreibung. Ja, Ozeane haben wir auch da. Handle, handle. Du bist in dieser Situation in Kontakt mit deiner Wahrheit, indem du die Wahrheit deines Herzens würdigst. Sehr, sehr schön auch diese Verbindung, Kopf zu Herz. Vertraue deinem Bauchgefühl und behaupte dich auf liebevolle Weise. Da kommen wir wieder hierhin, ja, sich gegenseitig kennenlernen. Diese Co-Abhängigkeit ablösen, deinem innersten Gefühl, deinem seelischen Impuls trauen. Handle für dein Bestes tun. Und da haben wir auch, ja, mit der Sense eine ganz klare Erntezeit, ja, eine ganz klare Zeit, dass du jetzt für dich empfangen darfst. Und empfangen darfst bedeutet auch Hilfe erhalten. Bedeutet auch Fülle empfangen, Liebe empfangen, Gesundheit empfangen, was wahrscheinlich das Allerwichtigste heutzutage ist. Deine Vitalität und Leidenschaft wieder empfangen. Empfange und halte dich nicht in deinem eigenen Gefängnis. Das ist ganz, ganz wichtig. Athene, du darfst ruhig kraftvoll sein. Du weißt mit deiner Kraft liebevoll umzugehen, sodass du oder sie für dich und andere gut ist. Und diese Kraft verbunden mit Chantal, wundervoll, eine neue Romanze steht vor der Tür. Sei es mit jemand Neuem oder durch Wiederentfachen, da Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung, ja, sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Auch hier wieder das Empfang. Hier haben wir die Empfange, das Empfang deiner Kraft. Und daraus kommt deine Vitalität wieder zustande. Es ist wie so ein Neuaufbäumen, ja, also du baust dich neu auf. Du gehst in deine neue Kraft über. Es ist einfach der Neue Anfang schlechthin und zeigt deine Lebensfreude, deine Lebenskraft und vor allem heute auch deinen Drang in die Natur zu gehen sehr, sehr stark auf. Auch in der Liebe wird heute sehr viel geschehen. Also es wird auch so ein bisschen erotisch wieder knistern. Es sei dir gegönnt, ja. Mit der Athene siehst du auch natürlich, du darfst für dich einstehen, ja. Es ist ganz, ganz wichtig, dieses Wort dürfen. Ich habe dir das nicht zu erlauben. Das musst du dir selbst erlauben, ja. Aber der innere Schweinehund hält dich ja meist auch noch zurück. Deswegen überwinde dich selbst. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Heute ein bisschen aufpassen bei der Francesca. Was wünschst du dir jetzt? Visualisiere es und es wird sich erfüllen. Negativität wird deinen Fortschritt behindern. Ja, diesen Mangel, den, wo wir hier gesagt haben, weil du immer wieder den Fokus darauf hast und sehr streng zu dir selbst bist. Dieser Mangel soll dich heute nicht dazu führen, dass du denkst, alle wollen dir was Böses. Auch der Timo will dir nur was verkaufen. Nein, das ist deine Entscheidung, ob du in die Videobeschreibung schaust oder nicht. Es ist deine Entscheidung, ob du dir irgendwo Karten legen lässt oder nicht. Und es ist deine Entscheidung, ob du morgen einen Urlaub buchst oder nicht. Es sind deine Entscheidungen. Dafür musst du deine Verantwortung übernehmen. Ganz gleich, was du für dich in deinem Kopf suggestierst. Denk immer daran, alles, was zu dir geführt wird, kommt meist im besten Wissen und Gewissen. So, jetzt haben wir die Tageskarte Nummer 1 und da haben wir in der freien Natur, ja, die Vitalität steigt. Das ist sehr, sehr gut. Erzengel Jofiel, gehe nach draußen, fülle deine Lungen mit frischer Luft und stelle eine Verbindung mit der Natur her, um Stress abzubauen und neue kreative Ideen zu erhalten. Hier geht es natürlich nicht nur um die Natur, sondern die Vitalität wieder aufzuleben, deine Zellen mit neuer Energie in deinem Neuanfang zu versorgen. Dann haben wir die Nummer 2, Geduld. Auch Erzengel Jofiel. Deine Träume erblühen schneller, als dir bewusst ist. Dennoch überfordern sie liebevolle Pflege und Geduld. Hier, also drauf aufpassen, fühl dich nicht manipuliert, hab die Geduld auf dein Herz zu hören. Deine Träume werden sich erfüllen, ja, aber denk auch immer dran, du musst in deine Handlungskraft gehen. Und die Nummer 3, da haben wir Atme mit Erzengel Raphael. Atme mehrmals langsam tief ein und aus, um deine Energie zu wecken und alte Muster loszulassen. Co-Abhängigkeit, inneres Kindarbeit ist hier heute gefragt. Ja, und die wahre Liebe für dich natürlich auch finden. Ich freue mich, wenn du die Glocke aktivierst, wenn du morgen auch wieder mit dabei bist, wenn du in der Videobeschreibung auf unsere Links klickst und natürlich, natürlich auch über dein Abo und Kommentar und Like. Bis morgen!